damit hallo und willkommen zurück wenn mein name ist weiter geht das video eben können also ich muss sagen gut ab dafür kriegt das spiel definitiv plus punkte ich finde das nämlich toll wenn man in ein gebiet zurückkommt in dem man vorher probleme hatte und den ganzen monstern dann mal so richtig zeigen kann wo der haken hängt das ist nicht toll gemacht das machen leider viel zu wenig wird immer noch weh diese blöden dinge ja ja genau das finde ich ganz lustig dass so wir suchen jetzt die noch komisch wird und nach oben rein geht es wieso ist das jetzt kleingeschrieben das ist doch ein name i hope your adventure is seeding well sie sagt hallo willkommen abenteuer yo i've bought you the gilded doth as you safari jetzt ist wieder groß geschrieben clapped her hands with joy it is as i had imagined sie freut sich und klatscht in die ah so habe ich es mir vorgestellt vielen vielen dank also nicht dass wir es ihr bringen hat sie sich vorgestellt sondern rüber hat es i knew you would learn and have making this i knew you would learn and have making this i knew you would learn and have making this fireys on the path ich wusste dass zurückkommst und ich habe für die forschung angestellt i joined it to the married genie married genie married also ein wasser who has heard fearful i described you as west and shibali hudget steak also aber ein wenig unter wasser reich um bald mit wasser genie hat ängstliche oder gefährliche gerüchte gehabt ihr dahin glaubt dass da viel auf dem spiel ihr hatte in ein style geschaut ihre vision hat sie deine tessin gesehen das herz schlägt immer aber sie ist gefangen bei einer sauer energie und wird schwächer jeden tag tag zu tag der genie der genie der genie wollte nicht mehr sagen sie fürchtet könnte von mulibarn selbst besessen bevor wir uns trennen hier noch diese worte auf ein fragment geschehen sagt wenn du deinen wirklichen gegner sie sprich diese worte wie sie geschrieben stehen ich weiß nicht warum aber möge es deine deinem quest deine reise erleichtern touchman noch was an sonst noch was sagt der zauberer mit einem richtigen ton ja wir sagen jetzt auf wiedersehen guten day brave harrid i trust you quest goes well the song speaks harrid thanks you for the thoughts are with you and your noble quest whenever I gaze upon you also bedanken sich und bedanken sich noch für die für die möwe und sagt dass ihr bedanken an meinem no wir sagen und der zauberer sagt yes thank you very much bei der die ganze haben wollte möge das schicksal mitte okay das hätten wir erledigt so folge 3 damit beendet ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten mal wieder nein wir machen uns jetzt auf zur der das ist doch komisch oder findet ihr nicht auch also wir gehen hier oben rein und kommen dann hier unten raus ah es ist man geht in den zweiten stock warte 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 da sollte mal vielleicht war da was ich glaube wir sind ich glaube das ist auch schon eine stärkere wäre sie blau geleuchtet haben hat rest mit aufgeladenem angriff kann ich nicht antwort gehen ja dann doch natürlich kann ich so nicht in see stechen wenn wir von piraten überfallen werden muss ich freuen werden dass ich geguckt aber um raus zu der tränke shop ist stimmt nicht dass wir dem um die ecke drüber und dann halt ändert wird achten so ja genie lord dann blub blub ja freut genies go lamentals go home ah ne das sind nur die die hochkommen sorry wahrscheinlich schon auf die nerven lustiger finde ich hingegen aus welchen was ist jetzt noch weiter hätte es auch schon gefunden hätte man auch kommen können bei ist weil ich seit die ganze zeit alleine heute noch x begegnen kann ich so als ein kann hier einfach nichts machen als da so ein bisschen text war keine zeit und hope i have good luck on your journey yep okay jetzt konzentrieren besser schon mal den angriff aufladen und bestimmt gleich wirbelstürmer das verwirrend hallo hallo genies also ich darf mich näher treten in 1 mit stellen haben wir also bescheiden ob nicht vor den ausgericht von vier weiteren hier und just mortals kein mieter präsenten ist präsentierte aufs nobel hause da oben jean das herr so respekt von auf also also ja auf die das ja die vertreter können sterblich die vertreter edlen hauses und die freiheit und dienst alle anfragen egal ich ehrenvoll werden gerechtigkeit hingabe angehört werden da können wir der war mein set how may i speak to the court vergiss das eigentlich mit dem ort ich bin mir jetzt nicht sicher court im sinne von gericht oder court im sinne von königshaus sprechen fast irgendwie beides dann können auch sagen 1000 blessings das ist danke für die weisen war eure strahlen persönlichkeit oder das mittlere 1000 blessings also of course even such a well-spoken such as you have must prove self-pleasing i must und selbst ein rest dollar und wort gewandter mit steller selbst selbst würdig erweisen mit master zu sprechen möge seine flamme ewig brennen rauch auch decke der rauch die das ganze universum bedecken und jetzt können wir fragen how may i so prove myself bestig also wie kann ich mich würde ich aber wo wird die rifles also kleinigkeiten nichts wirklich mehr so ein paar kleine beweise einer aktivität und welche einem regenkrieger videos i beg you tell the trifling arse bitte die erleuchtete teile mir den ich meine trifling heißt aber noch mal nachgucken aber auch nicht unbedeutend kriegt fühle ich nicht genau richtigen tasken es sind er und will sind er und auf in und her ist alltägliches dach mal mit den fort überzeugen just this very morning my master expressed a faint desire for the weisest snake in the world one to his asks gerade zufällig diese möchte hat mein meister geäußert das den namen bewusst wäre dass er ein leichtes verlangen dann dass sie weiß aller schlangen äh oah flüstert wie er unendlich sammer gradet bring die weißes neck i will bring also bring mir die schlange und du werde deine anfrage fort der also wahrscheinlich doch mehr ähm für nichts also der ganzen kam dazu also muss ich eine lange besuchen jetzt her team hans hans irgendwie für den teppich schade ich dachte ich gott oh der braucht nicht mal ein teppich der ist ein genie my my are you actually come to plead your case before the noble council of genies or has a prison ship gone onto the rocks nearby also bist du wirklich der da der zum der darum gekommen ist zu leben dass sein ein fall vor dem noblen council brauchen wird oder ist ein gefängnis der an den an der küste zerschellt haben man kann wirklich dachte das wäre auch nur so selber text aber man kann ja mit dem sprechen why did you call me a prisoner warum i wish to see the i demand also ich verlange den oder wir können ihn nach sein wir fragen it is a order looking if which reminds of the fall genannt hat ein verfolgten ein ein verfolgten das erinnert ihn ein anfang as rai tajiri of the gate of the war with human at your service also as rai as rai of the gate meister der vier wickel stets zu i am as shiri g so er dient in 1 dafür anerhalt if you are at meis brand me genie die antwort geben da fehlt zum punkt weil immer sind sage ich das also wenn du mir helfen willst o as reihe dann wäre mir zutritt zu alles das kann ich lord of the island dies power nostril has taken that all from also also der der schien kraft ja gut ich kann die mal ja dann hat man sieht also jetzt schlange kommt weiß aber lange wo an gong sind er weiter wo mich nicht angreifen und benutzen auf dem gleichen fliegt oh welcome os to the gate of the hands of i'm scala guy guardian of the gate appointed by the noble mighty shaker of mountain the ravener of skull itself the raveneer of skull also es waren ganz viele worte und er ist halt auch jemand wir sind beim tor der also hand of rocks hand aus rein der immer hoch kommt er ist auch ein guard keeper er ist halt und übersetzt den abend nicht you doubt that you have some important matter to bring to the attention of genies also ist jeder der vier häuser der genie gatekeep so erscheint es so der eine hilft uns ja nicht die andere will eine schlange weil der andere jetzt haben i bring news of the greatest urgency sehr sehr wichtige nachrichten ich verlange das konzelt nach dem namen fragen muss ich kurz gehen oder nach dem namen des masters ganz wichtig er sagt okay ich höre es an you tell the genie all about what has happened to your family and you question to serve disobedient mulibhan and restore the honor of your family he listen also du erzählst ihm die ganze geschichte was mit der familie passiert dass du auf der quest ist auszufinden mulibhan also der genie der Familie geteuert wird und du versuchst das herzustellen und er hört sich das einfach an so I humbly request an audience before the council of genies to assert them to the danger all damit ab halt es fällt mir schwer mich zu also ich möchte damit audien bei den haben und fahren und er sagt bei dem post also also der die anfragen die anfrage unmöglich warum weil ich dich einlassen kann warum kannst du mich nicht reinlassen because as you can discover if you have and eyes immortal it is ifritte war asch kasa who controls the only way in also selbst feststellen kannst weil du Augen und Schüße hast doch weiß ich nicht aber das if it war den eingang kontrol your gate has no gate ridiculous you have the power to get me in no also wir können sagen was dein Tor ist dein Tor hat keine Tür so mehr oder weniger glaube ich verrückt oder wir können sagen du hast die Kraft um mich das nicht weiß genau und das machen well of course but I dare not an make it worth my while I have to you he might be able to help you also natürlich hat er die macht nein zu lassen aber das wird er nicht sei denn naja vielleicht sollen wir mit Schair sprechen wenn ich einen Namen fragen bla 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 wir können nach den Namen des masters fragen wenn jetzt noch mal sagen ja beim mocking wenn wir hätten dachte ich frage nochmal die sei ja das ist ja wieso denn ob es hier ist direkt bei wilder weit bitte voll das ist ja das also die jahre werden vorbeiziehen erwartet unwürdig klein gefallen erledigt okay man geht dahin dann kommt es und stellt er sich dahin und man kann mit brechen alles komischer hier wieder runter laufen viele hände alle hände ausgefahren die schlange muss ja dann hier ich dachte es wären die vier häuser gewesen es waren ja nur drei mit denen eine auf ja interessant hoffe ich habe mich nicht gesoft lockt stimmt nicht ja aber nichtsdestotrotz würde ich sagen wir haben die drei folgen wäre erstmal ende weit kann beraten bin mir noch nicht sicher ob wir als nächstes das abschluss wenn die dann gucke ich doch noch mal jeden fall hätte einer ganz gute andere schlange bekommen sollen noch nicht noch nicht noch sind die hände ja kein sinn hier ist aber auch nicht aus jetzt nicht das hier okay also sprengen wollten können warum wenn uns beide nicht helfen und haben wir beide nur mehr oder weniger gesagt okay weiß jetzt aber sagt auch gar nicht jetzt noch mal aus käfig aus sind und geht hier war ehrlich so wenn es noch eine aufnahme da aber halt wollen was der guide sagt ja okay okay gut dann würde ich sagen euch gefallen ich gehe jetzt zu dem boot nochmal oben damit ich also damit ich am nächsten mal weiß dass ich irgendwie woanders hin war planlos ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr seid gespannt mir macht es immer noch ziemlich Spaß ich finde es ein ziemlich cooles spiel hoffe ihr auch wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss